halli hallo und herzlich willkommen auf dem dunklen carnaval meine lieben nein wir sind hier bei left for the 2 zusammen mit die üblichen drei hallo dries und zwar der alex der er ist und ich hallo ihr habt ja tschuldigung ihr habt ihr die ersten folgen mit uns und dem ingo gesehen im soul guard aber weiter spielen wir es mit unserem liebling dem er ist und ja dann hellen wir uns hier mal durch und töten wir mal ein paar hirnlose zendys lassen wir starten starten like a pokemon trainer let's go to them all oh nein er hat mich bis ecu oh gott nein 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 es kriegt mein feld ist kriegt mein feld ist mein feld ist hinter dem alter ich kann nicht anders habe ich mich bitte mein gott was ist denn hier los der alex wird schnell geholfen und ich muss leiden die ausfahrt aber let's go to the mall today zurück zu kommen wieso kann das ist so geil schreibt in die kommentare wenn ihr es erkannt habt ha ha wer das nicht kennt leute oh oh boah kopfschuss hat er die waffe die streut so ne weiß ist so ranzig die die scheiß uzi wundervoller uzi da ist schon wieder irgendwo ein charger hab ich da hören hören sagen das kommt vom hören sagen genau auf dem dach und ihr ich glaube ich zieh mir demnächst mal so einen kleinen mod drauf mod ich gary's mod also so zum beispiel dass die karaktere anders aussehen und so weißt du warte wir können ja auch mal diese custom maps spielen falls wir darauf lust haben ja kann man machen der liebe ready hat das mal vorgeschlagen oh fuck was soll aber warten handhaben ich bin in dir nicht super gut gemacht sollen wir mal auf das auto schließen nein wow jan kommst du nach oben lass dir immer nur mit sich für die umbringen ja die kommt erst gleich noch oha da ist was explodiert nicht auf das hier ist nix holzuse erst mal wissen die ursprache ich will die mit töten ich will die mit mit warte doch nicht ja aber die ist doch hier hinten erster kommen ich komme ja doch bitte vorsicht vorsicht alex zwar wie erledigt aber wo wusste das bilder in der warte hin das tut da auf mich hui heute ist der was hihihihihihi hihihihi Goxin splitten im smoker war das splitter wo seid ihr wo ist die witch noch in splitter hier sind wir hallo die bitch die hab ihr schon überall reingekauft hat man da irgendwas ist Da ist nix. Ja, hier waren wir schon drin. Aua. Kann das sein? Zombie man, hier ist ein Adrenalinschuss. Hier ist ein Adrenalinschuss. Hier ist ein Pipebomb. Wo? 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 Wie episch, ey. Ey, hier ist immer noch ne Pipebomb. Wo? Ich will sie haben. Hier. Komm zu mir. Ist das wirklich lustig wäre? Hm? Was? Dürftest du die Tür? Ah, wo sitzt die Witch vor dir? Wo ist denn die Witch noch mal? Keine Ahnung. Kommt gleich erst. Wir müssen hier hinten lang. Eine Untersichtung was. Wir müssen hier durch. Wo hinten lang? Hier durch. Hier durch. Hier zu mir. Komm. Komm mir an. Jan, Jan. Mein lieber Jan. Wir müssen hier wieder durch den Raum durch. Bist ja noch. Weint, das war man so viel haben muss. Oh, die ist so doof. Rutschi man rohschi. Erstmal fett das scheiße Band durchgeklaut. Hier ist ein Depi. Wo seid ihr? Hier. Um. Das nervts. Langsam nervts. Was mal, nervt langsam? Wo ist der Depi? Na gut, dann nehm ich den solange. Okay, hier durch. Ich muss die Witch für sie abfackeln. Ich habe einen Benzinkanister. Ja, die kommt gleich. Hier ist Munition. Explosiv-Munition. Echt? Oh, nein. So, stell mal. Jan ist schon wieder unten. Warte. Vor allem werde ich hier vom Hunter belästigt. Jan, jetzt musst du alles wieder hochrennen. Die Witch ist da hinten, Alter. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Ich will die Witch an. Warte, das passt schon. Wir sind richtig, Jungs. Hier hinten geht es weiter. Oh, die Witch kommt. Wo denn? Hier. Hinter den jemlichen Zaun. Was geht da rüber? Normal schon. Du hast du die Explosiv-Munition verpasst. Ja. Aber du kannst hier wieder hoch, du Nase. Hier ist ein Charter. Was? Oh, krass. Wo kommt der denn her? Den habe ich gerade geweckt. Den ist mit des E-Coup. Vorsicht. Vor allen Dingen. Wo ist die Muni? Wo ist die Muni? Oh mein Gott, da kommen viele Zombies. Die Muni ist hier drin. Deine Seite. Ne, ne, ne. Ja, aber wir können hier rein. Oh, ne, doch nicht. Bin ich hier. Fuck. Hier rein musst du. Wo können die Scheißen nur weitergehen? Ja, ich habe ihn schon. Da hier sind sie. Hier steht die Foggie. Wurst, wurst. Ach da. Ah, tötet sie alle. Okay, jetzt geht's weiter. Komm. Ich habe runter und ab zum Highway. Ups. Danke. Weiter geht's. Alle meine Entchen. Kommen auf den See. Wow. Gamescom. Warte. Gamescom. Was? Wo hat er in den Pipe geworfen? Wo was? Wird bestimmt lustig die Gamescom. Oh yeah. Ja, wir sind gerade in Vorbereitungen quasi. Hm. Zeit der Aufnahme, Leute. So, meine Wege. Ich kann euch auf einiges gefasst machen. Ich ziehe. Auf jede Menge... Ah, er fickt mich. Er fickt mich schon wieder. Fickt voll dein Brain. Den Brainshunt. Hier ist ein Molly. Molly, 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 Molly. Aber ich... Snack mir mal den Molly. Jetzt wird er heiß, sagt er. Was ich hinter dir, Alex? Dankeschön. Ich... Ich... Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Den Dankst du. M.O. Oh nein, er ist gestorben. M.O. Grüne Sülze. Oh, guck mal. Waldmeister Brause. Grüne Wildze. Verdammt, Waldmeister Brause. Hätte ich in Metro Last Light Let's Play sagen sollen. Oh, scheiße. Das ist ein Splitter. Hier ist eine Toilette immer wieder. Oh, sie wollen mich umbringen. Das ist voll nicht nett und so. Das ist ein Splitter. Wo ist die Toilette? Da muss ich rein. Mein eigener Bunker. Ah, vergammt. Das bringt mich um. Das bringt mich um. Der kam voll von dem Berg da oben angesprungen. Da ist ein Jockey. Aus den blauen Bergen kommen wir. Komm, versuch von mir ins Luft. Unser Lehrer ist genauso blöd wie wir. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Nein, bist du drinne? Erik. Äh, Alex, versuch reinzukommen. Ihr schießt auf mich. Ich komm nicht rein. Ich schießt durch. Ah, hör auf, Alter. Du schießt. Ich bin schon fast tot, Alter. Was soll denn das? Du schießt uns instant viel ab, Alter. So, komm. Auf den Berg nach oben. Alter. Jan? Rund den der kleine Au. Stell dir wie im Mamm-Shap. Ja, das kannst du mir dein Medipack geben. Wenn es noch kürzisch wird, dann gebe ich dir das Mini. Ja, ciao, ciao. Meiner. Oh, ich gebe dir das Mini jetzt schon, weil der Hülleumfüller im Sunbi ist. Und Vorsicht, da ist ein Auto für Dingenskirchen. Mit Alarmalage. Ich bin voll der Special Infected Killer heute. Nicht! Ein Verrückter. Also das war fun, weißt du? Ja, Hauptsache du feuerst ein ganzes Magazin drauf und die Alarmanlage geht nicht los. Ah, du bist so wild. Jetzt hat das geschafft. Ja, krass unterwegs, ne? Ja, okay, ich gehe in den Schutzraum, schau. Nein, nein, hier, hier. Oh, oh. Ich helfe nur den Schutzraum und ihr? Ja, okay, dann machen wir das noch eben hier, die Welle. Bam, 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 bam. Wie was? Hier, das habe ich für euch. Ahhhh. I am totally awesome. This awesome, this will breath you. Helft Alex. Da, 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 Alex bei dir ist man. Oh mein Gott, nein. Nein. Er wird von einem Spitz, äh, von einem... Wo ist der Georgia? ...Gevögelt und brennt. Wo ist der Georgia? Und hier ist ein Georgia. Da hat er die Roachie. Ja, na dann. Nein. Du sagst gerade nicht. Du bist auch so ein Held, ey. Ich weiß. Ich bin der Held schlechthin. So, warte. Moment. Nein. Heilen. Was denn? Jetzt geht's gut. Nein. Das ist die Rache dafür, dass es mir einmal gestohlen hat. So, dann würde ich mal sagen, zu damit. Ihr müsst wissen, Erisog stiehlt gerne Medipads. Was? Niemals. Da, guck mal. Allgemeine Abwehr. Wollen wir das Beste? Jo, ich würde mal sagen, dat war's, ne? Ja, dat war's. Warte, warte. Which, which, which? Oh. Da war nichts passiert. Und, was kommt jetzt? Special Infected? Ja, der geht ab. Naja, egal. Mach zu uns die Kiste. Man steht irgendwie gerade. Jo Leute, dann würde ich sagen, dat war hier mal wieder eine Left 4 Dead Folge, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Bis dann, Leute. Bis dann. Tschüssi.